Moin Leute und herzlich willkommen zur siebten Folge von Minecraft 3. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und ich bin zwar am Anfang ein bisschen ruhig, aber es legt sich noch viel Spaß. So Leute, wir starten rein ins Projekt. Achte Folge, let's go. Und wir graben uns direkt nach oben. Es ging gerade ein bisschen überraschend los, aber es ist heftig. Und gleich kommt, glaube ich, Mr. Galaxy auch dazu. Und wir graben uns jetzt straight nach oben, weil wir Essen brauchen. Und ich sehe, dass meine Spitzee gleich kaputt ist. Perfekt. Perfekt. Und ich habe keine. Doch, ich habe noch eine. So. Ich habe zweieinhalb Wärts und stehe hier in der Welt rum. Ich könnte ausrasten. Echt. So, let's go. Ähm. 13 Eisen haben wir noch. Und ich habe... Ja, ich habe keinen Wassereimer. Ich habe Full Iron. Wenigstens das habe ich. Oh, Kies. Ich grab mich vorbei. Ich habe jetzt keinen Bock auf Kies-Stress. Kohle. Nice, nice, nice. Ich weiß ja nicht, weil da drüber könnte Kies sein. Aber ist es nicht. Ich nehme die Kohle mit. Und da ist noch sogar Eisen. Sehr, sehr nice. Nice. So, nice. So. Immer schön sneaken, sneaken, sneaken. Wer weiß, wo hier die anderen sind. Und manche starten ja jetzt erst neu rein. Und ich... Und die könnten mir jetzt gleich begegnen. Deswegen... Es wird sehr, sehr spannend. So. Ich hoffe, es mit dem Ton passt mittlerweile. Ich hatte den Discord-Sound ja so leise in der letzten Folge. Und ganz ehrlich, ich habe 36 Kohle. Ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben. Und die Licks. Ich weiß es nicht. Oh, nein. Wir sind gleich da. Wir sind sogar schon bei... Sandstein. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Und davor hatte ich Angst. Davor hatte ich richtig, richtig Angst. Dass wir genau... Das ist genau hier passiert. Und ich sag's, wie es ist. Wir bauen jetzt Sand ab und bauen uns einfach straight nach oben. Da ist der Ausgang. Okay, okay, okay. Wir sind draußen. Wir sind draußen. Wir gehen direkt in den Wald rein. Wir gehen direkt in den Wald rein. Hier ist... Hier ist ein Lachs. Hier ist ein Lachs. Den kill ich direkt. Der hat nix gedroppt. Perfekt. Ja, run los. Oh, diese Pilze, ne? Nee. Nee, die droppen nix. Oh, Mann. Ich weiß es nicht. Ich bin so angespannt. Ich bin so unnormal angespannt. Die... Ich habe Pilze. Oh, mein Gott. Da ist ein Huhn. Ah, moin Harry. Hallo. Harry, ich habe Essen. Ah, ich sehe es. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen zurück. Danke, danke, danke. Ich bin so ein Huhn. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Du weißt nicht, wie angespannt ich gerade war. Ich konnte noch nicht mal reden, wirklich. Du bist live? Nee, ich bin... Ich nehme auf... Auf... YouTube. Und du hast uns lauter gemacht. Jaja. Sollte zumindest sein. Mir fehlt Essen. Ich bin auch mir weg. Okay. Wie macht man Pilzsuppen? Suppe. Ich brauche einen roten Pilz. No. Nie im Leben. Roter Pilz. Sie kriecht denn die Dinger. Doch, die droppen. Die droppen auch. Nice. Oh. So, nicht an Fallschaden sterben. Essen. Also, ich werde sehr oft hier Essen suchen. Und ich regeneriere einfach. Ich regeneriere. Was für ein Luxus ist das, bitte? Suppe. Einfach mal irgendwie was rein. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Und hab Essen. Und das ist ein sehr großer Fortschritt. Unfassbar. Steinspitzhacke gemacht. Äh. Suppe. Noch drei habe ich dann. So, ich esse. Ich esse nur noch. Ich habe... Oh mein Gott. So, Eisenbraten. So, hier. Direkt. Habe ich noch eine? Nein. Ich glaube es war Mr. Galaxy. Verzauber. Also. Ja, moin. Ich hoffe, die sind alle unterirdisch. Weil. Ich Essen brauche. Und. Klar werde ich runtergehen irgendwann. Aber nicht jetzt. Und. Moin. Ich habe meine Mordeinweisung immer noch nicht bekommen. Perfekt. Ich habe ein Veressen, Junge. Cool. Ich wollte fragen, Mr. Galaxy. Ja. Siehst du mich eigentlich? Ne, ich bin generell noch nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Stimmt, du bist ja noch nicht im Vanish. Also, wenn du im Vanish bist, siehst du Leute, die im Vanish sind. Ich bin hier. Wie meinen wir mich, wenn ich im Vanish bin? Du bist dann unsichtbar für alle Spieler. Ja. Jetzt gerade bin ich im Kreativen. Aber du siehst dann Leute, die auch unsichtbar sind. Das ist wie Spectator. Bin ich jetzt im Vanish oder nicht? Nein, bist du nicht, weil du mich nicht siehst. Ja, wo bist du denn überhaupt? Ja, vor dir. Das wäre recht gerne Vanish. Ja, darum kümmert sich noch alles, Lügelo. Harry, ich habe immer noch nicht meine Mordeinweisung bekommen. Ja, warte, warte. Wir kümmern uns gleich darum. Okay. Oh mein Gott, ich lebe, Jungen. Männer, ich lebe. Ich lebe und habe Essen. Luxus. Luxus, Luxus, Luxus. So. Eisen ist durch. Direkt da mit rein. Oh mein Gott. Aber ich brauche noch mehr Essen. Sonst habe ich genau die gleichen Probleme auch irgendwann wieder. Da sind Kühe. Nee. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. So. Weiter geht's. Das sind noch mehr Kühe. Ich drehe durch. Nein, der Server leckt. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Aber es ist unmöglich. Also, ich hätte nie gedacht, was ich Essen finde. Und jetzt zurück zu der Base. Weil da ist Kohle. Die ganze Kohle ist da. Da ist ein Pferd und ich kann die da nicht sprinten. Aber ich habe doch Essen. Let's go. So. Mr. Galaxy und Harry kommen immer wieder mal vorbei. Die haben natürlich Mod-Kram zu machen. Oh mein Gott. Da geht's in eine Höhle. Aber. Ich schätze gerade alles. Ich bin gerade übelst glücklich, dass ich Essen habe. So. Oh mein Gott. Ich hätte das nie gedacht. Ich hätte das einfach nie gedacht. So. Weiter. Weiter. Und es wird Nacht, oder? Ja. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und auch ein Abo. Wir stehen kurz vor den 50 Abonnenten. Und es ist unfassbar. Danke, danke, danke. Macht's gut. Habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.